Hallihallo meine lieben und herzlich willkommen zurück zu seasons of the fall ja wir sind wieder im komischen heiligtum und madame möchte uns hier nicht hingehen lassen also nicht reinlassen das muss uns aber glaube ich beeilen ich weiß nicht wie lange das hält ich weiß nicht wie du es geschafft hast diese gestalt anzunehmen aber du bist echt erbärmlich doch die richtige du hättest dich nicht an diesen fuchs binden sollen sie abgeht ja du tätest gut daran hier zu verschwinden bevor ich meine kräfte wieder erlangen scheiße ich bin runtergefallen was ich mit dem bald gemacht habe rate mal was ich mit dir anstellen würde jetzt zweimal sage ich es dir nicht was ist mir schon zweimal gesagt mädel zweimal schon einen weiteren schritt und du wirst es bereuen ich habe dich gewarnt komm nicht mehr ach das tut mir tut mir aber leid knospe bist du es die ich da höre warum versteckst du dich was du verräter wie konntest du die hüter nur ohne mein einverständnis wecken knospe antworte mir mit dir rede ich nicht mehr leg dich doch in deiner höhle schlafen sie ist denn mit ihr los das ist nicht ihr normaler zustand ihre stimme klingt seltsam du musst dringend dorthin zurückkehren wo sie sich versteckt wo ha was auch immer du getan hast wuchs anscheinend hast du einen weg zu unseren heiligen altären gefunden aus diesen altären beziehen die hüter der jahreszeiten ihre macht das erscheinen der altäre kann nur eins bedeuten das heiligtum bereitet sich auf ein neues ritual der jahreszeiten vor wie kann das sein ein ritual der jahreszeiten während ich schlummer ohne knospe und ohne hüter das ist doch nicht möglich aber ich glaube ich beginne zu verstehen hör zu fuchs ich kann dir im moment nicht alles erklären du siehst in welchem zustand sich unser wald befindet deine hilfe ist sehr wichtig für uns wo soll ich denn jetzt hin ich mache jetzt erstmal oben weiter was ist das denn hier ich weiß nicht was das ist ich mache jetzt oben weiter ich weiß da kam auf der rechten seite was aber ich weiß nicht ich gehe jetzt irgendwie erstmal nach oben und da guck was da gibt Plan zwei jetzt vielleicht vorher unten ich könnte einfach mal nach oben Aber am Brunnen habe ich wirklich gar nichts gefunden, Bergkamm. Aha. Okay, hier sind diese ganzen Blumen, die ja jetzt hier die Schneekugeln machen. Okay, hier komme ich nicht weiter. Okay, ich muss irgendwie da oben hoch. Geht nicht anders. Okay, ich muss irgendwie da oben hoch. Komm ich jetzt gar nicht mehr hoch? Was ist das denn jetzt für ein Kack? Ja, muss doch gehen. Na, sag ich doch. Jep, 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 jep. Haha. Huch. Wahrscheinlich nur so eine Abkürzung wieder. Mhm. Geht sehr nach einer Abkürzung aus? Hier ist das Teil. Da muss jetzt hier irgendwo gleich der Dingens kommen. Mhm. 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 Ich glaube, ich muss eh nach unten. Okay, ich kann weiter gehen. Nicht Laubwerk. Ach ja, das ist das mit diesen Käferchen hier gewesen. Genau. Was ist denn jetzt kaputt? Irgendwas passiert hier gerade. Dieser Stein beherbergt den trockensten und heißesten der vier Winde, den Chirocco. Vier Symbole wurden rundherum eingraviert. Mhm. Wer auch immer sie gezeichnet hat, wollte die Macht des Steins schwächen. Ich habe diese Symbole schon einmal gesehen. Ich kann Zikaden hören, die auf einem Ast weiter unten zirpen. Finde sie und beobachte ihr Verhalten. Sie wissen, wie man diese Markierungen vervielfältigen kann. Okay. Ich denke mal, ich muss einfach diesen Käfern folgen. Beyer hat ja sowieso gesagt, weiter unten. Genau. Gut, dass ich hier doch nochmal hingegangen bin. Ja, warte. Ich muss ja erstmal... Ich hoffe doch, dass sie jetzt nicht mir folgen. Soll ich dehnen. Momentan wirkt es nämlich ganz anders. Ja, die folgen mir. Die folgen mir. Die folgen mir. Schitte. Ursache. Wir sehen Ihnen. Eigentlich gehört heute. Oh, dann muss ja hier irgendwas sein. Vielleicht nach oben? Oh, dann muss ja hier irgendwas sein. Okay? Ja. Ich habe die doch zusammengeführt jetzt. Ich weiß doch nicht, wie das Symbol aussah. Na, ich muss nach oben. Ich weiß nicht, wie das ist. Ich weiß nicht, wie das ist. Ich weiß nicht, wie das ist. Ich weiß nicht. Alles klar. Okay, ich muss den da unten... Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Pass auf. Ich muss bestimmte Steine in der richtigen Reihenfolge, glaube ich, machen. So, der ist es nicht der Nächste. Der ist es auch nicht. Dann ist ganz rechts der Nächste. Ich weiß nicht, wie das ist. Na? Ich verstehe das nicht. Warte mal. Was ist das denn? Das ist im Herbst. Das ist im Herbst. Das ist bei Schnee. Okay. Das ist bei Frühling. Und das ist bei Sommer. Ich mache es mal so. Wieso ist er denn da jetzt wieder raus? Oh, das kann sich jetzt nur um Stunden handeln hier, ey. Mein Gott, ey. Okay. 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 Das ist das Ganze. Gut. ja du kommst jetzt dahin ich habe jetzt ich weiß nicht was ich da ich weiß nicht genau was sie von was man von mir will nein es geht einfach nicht ich gehe jetzt nach oben und gucke ob ich diese zeichen nachmachen kann so unten Wie soll ich das nachmachen? Wie soll ich das nachmachen? Versuchen wir es mal mit den Zick-Zack-Zick-Zack. Versuchen wir es mal. Die Zick-Zack-Zack-Zack-Zack-Zack-Zack. Ich habe das noch nicht mehr mit den Zick-Zack-Zack-Zack-Zack-Zack. Ich bin doch nicht mehr mit dem Zick-Zack-Zack-Zack. Das ist gut. So, wir müssen hier anfangen. Den habe ich drin. Nächster. Es funktioniert nicht, ich weiß nicht, was ich tun soll. So, wir müssen hier anfangen. So, wir müssen hier anfangen. So, wir müssen hier anfangen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Mein Gott. Ich habe jetzt echt versucht, die Dinger danach zu machen, aber es funktioniert ja auch nicht. Ich weiß nicht. Ich bin zu blöd dazu oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich kann es nicht mal in irgendeiner Art und Weise nachvollziehen gerade, was ich da tun muss. Ich bin ja wirklich nicht auf den Kopf gefallen. Ich könnte mir höchstens denken, ach ja, gut, dann müssen wir da die Male halt nachmachen. Ich bin ja da rein. Um die Dinger nachzumachen, reicht ja auch die Steine nicht, die da sind. Ich weiß es nicht Leute, okay, ich mache jetzt vorzeitig Schluss, wir haben zwar noch 4 Minuten, aber ich muss jetzt erstmal selber gucken, was ich da tun muss, in irgendeiner Art und Weise. Ich weiß es nicht. Tschüss, bis zum nächsten Mal.